Hallo, na du, kommst du mich in der Küche besuchen? Ja, du hast noch den Schlafanzug an. Kalles Schlafanzug hast du übrigens an, weißt du das? Wie siehst du der Kalles Schlafanzug? Ja, der hat heute keinen an. Was hast du denn an? Was möchtest du denn jetzt hier? Legst dich zu mir. Ja, gute Idee, bin ich nicht alleine in der Küche. Vielen Dank. Bleib jetzt aber hier nicht lange. Sag dir dann Bescheid. Gut. Kannst du mir zugucken, wenn du möchtest. Noch ein bisschen Küchen. Ich muss den Schlafanzug? Vielen Dank.